Hallihallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Rust. Wieder mit dabei unser Massive und den, den man nicht sieht, der schon wieder irgendwo ist, aber nicht bei uns. Ja, Schwein! Schwein! Nemesis! Was ist? Ich schlachte ein Schwein. Ich wollte dich ankündigen, aber das klappt bei dir immer so wunderbar. Ja, nach 3.000 Millionen Jahren endlich mal wieder hier eine neue Folge. Ja, und aus dem Grund nackig und nur mit Axt bekleidet. Bekleidet vor allen Dingen. Weil hier irgendwie nur scheiß Admins auf dem Server sind. Hauptsächlich deswegen, weil die Häuser, die spawnen, wenn man eine längere Zeit nicht da war. Und da wir längere Zeit nicht da waren, ha, Häuschen weg. Lüge! So. Der Server wurde einfach nur resettet. Pfff. Ich gehe sammeln. Whatever. Unser Haus war weg, wir machen jetzt Neues. Genau. Und weil das Haus weg war, war man natürlich tot, deswegen haben wir nichts, außer das, was wir gerade so ein bisschen gesammelt haben. Wir waren tot, weil wir tot waren, würde ich sagen. Klingt logisch. Sehr sinnvoll. Achso, und beobachtet mal diesen wunderschönen Himmel, den es jetzt seit dem neuen Update gab. Findet ihr ihn nicht auch wunderschön? Wunderschön, darauf könnte man doch glatt fappen. Hab ich, äh, schon gesagt, dass ich den... Hast du schon? Ach gut. Ja, sehr schön für dich. Ich komme heute wirklich viel zum Aussprechen. Bist du es anders gewohnt? Äh, eigentlich nicht. Wo seid ihr überhaupt? Ganz weit weg von dir. Ich weiß nicht, ich bin hier am rumlaufen und suche Sachen. Wo treffen wir uns denn eigentlich wieder, wenn wir jetzt hier schön jeder für sich... Ich würde sagen, an diesem komischen Metallhaus da oben. Ja. Okay. Ja, und seit der letzten Aufnahme ist dieser Server hier richtig, äh, super geworden irgendwie. Hier sind mittlerweile richtig viele Leute drauf. Das stimmt. Also, nicht mehr alleine und... Demzufolge sind hier auch ganz viele... Gebäude. Und Gegner. Und Gegners. Ich musste gerade mal was trinken. Auf den Döner? Nein. Freibier? Wo? Bei mir. Wann? Jederzeit. So, Leute, war es schön mit euch. Das war es dann diese Woche für den Part. Ah, du wolltest ja nicht vorbeikommen. Nee, war schuld. Hättest du gesagt, dass es Freibier gibt, da wäre ich direkt instant da gewesen. Und wann, wann gibt's denn mal kein Freibier? Weiß ich nicht. Gute Frage. Oh Gott, ich muss hier raus. Immer wenn du hier bist, gibt es Freibier. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Leute, 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 Leute. Ah, so seid ihr. Nein. Fang nicht, nein. Du hast nie das gemacht, was ich denke, dass du gemacht hast. Was kann ich denn dafür? Der war auf einmal da. Er war, er. Instant vor dir gespawnt, weil die Welt dich hasst. Der ist wirklich einfach vor mir, da kann ich nichts für. Wer ist das da vorne von euch? Ich hoffe, ich bin's nicht. Nein, verignorieren. Er ist gar nicht da, nein, nein. So. Oh, guck mal, der läuft weg. Wenn der mich jetzt angegriffen hätte, hätte ich umgebracht. Hätte ich ausgelacht. Ach so, und wie man hier sieht, nehmen die ganzen Werkzeuge jetzt auch Schaden. Ja, und das ist Mist. Genau, meine Stein-Hatchett hat nur noch acht. Aber wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Ich hab noch einen Stein. Ich nicht. Das ist schlecht. Ich auch nicht. Also ein Holz-Klotz-Dingner-Abbauung verbraucht drei. Haltbarkeit. Nun gut, wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Mir lag's auch auf der Zunge. Das lebe Bob, der Baumeister. Yay. Bob, der Meister. Langweiler. Ich wiss gar nicht, wie's weitergeht. Können wir das schaffen? Können wir das schaffen? Ach so. Yo, wir schaffen das. Oh mein Gott, der tut's schon wieder. Was? Freidrehen. Was, du dich? Freidrehen. Was ist das denn? Abspann. Guck mal, diese Ausdruck. Wurst drehen. Was ist freileben? Du was? Frei was? Freidrehen. Du machst dich wieder unheimlich beliebt. Du weißt, dass ich gestern einen Server das weggewechselt habe. Ah, was ist denn hier los? Du meinst Channel. Hier baut jemand. Ah. Ich bin in, äh, 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 ne? Klein-Penis-Town. Da brauchst du nie reingehen, wo ich gerade. Ja, da sind schon Kisten wieder, wo ich spawne. Wo ist ein Klein-Penis-Town neben geweihtem Vagina-Town? Du könntest, du könntest ja mal sagen, wo du... Was? Ich hab gefragt, wo denn Klein-Penis-Town ist neben geweihtem Vagina-Town? Ah, Pet. Das ist zwischen Arschgarn-Town. Ja. Pet baut hier. Pet. Pet 5. Gut. Lass hier in Ruhe. Übrigens hab ich mein Werkzeug, äh, repariert. Wo? Na, hier steht schon an, das große Metallhaus da vorne ist offen. Aha. Das, was da an den Seiten so offen ist. Naja, wo da oben dieser Tower dran ist. Nein! Hör auf zu sterben. Nein! Hör auf zu sterben. Die ist schon tot. Nein, 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 nein Da musst du so lang laufen, bis die weg sind. Irgendwann mögen die dich nicht mehr. Könntest natürlich auch einfach furzen, dann laufen die schneller weg. Ich bin eine Dame, ich mach sowas nicht. Aber durch den Glitzerstopp, der danach auskommt, werden die geblendet. Jetzt gefurzt. Machst du das jetzt gehört, Micha? Mhm. Und sowas als Frau. Ekelhaft. Habe ich ja nie gedacht von dir. Ich werde auch mal schnell reparieren. Ne, du darfst nicht reparieren, das habe ich entdeckt. Das ist mir doch sowas nicht... Ich war auch schon reparieren, ha. Relativ. Taten Schrödi. Der Schrödi. Kommt ja von Schrödinger. Jemand weiß es nicht. Muss man fragen, ob er eine Katze hat. Oder hatte. Ich hab den Bären getreut. Der hat auch Gefühle. Hm, jetzt nicht mehr. Also du hättest ihm am besten direkt einen Korb geben können. Nee, das mach ich nur bei dir. Oder Friendzone. Friendzone. Ja, der wird seriös gespielt. Ja, der kriegt Angst. Der wird seriös gespielt. Ja, der kriegt Angst. Werden. In? Seriös Gaming SHC. Hm. Da kommt ja keiner mehr. Doch, ich. Dann können wir ja keinen Rhapsody spielen. Doch. Ja, ne, ja, das geht nicht. Ne, ne, warum nicht? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, Virginia. Ha, Ding. Ha. Und wenn Wolf jetzt hier gewesen wäre, hätte er gesagt, du hast Ding gesagt. Ja, der macht das viel, das ist viel zu lang, deswegen ist das nicht lustig. Deswegen sagt man einfach nur Ding. Ha, Ding. Hm. Ha, Ding. Und selbst das ist nicht mehr lustig. Nein. Es ist voll 2013. So, Leute, ihr dürft mir jetzt ganz schnell beim Cheaten zugucken. Was? Weil die Airdrops nie gehen, muss ich einen rufen, damit wir alle was von den Airdrops haben. Warum lässt du mich das nicht einfach machen? Weil ich's besser kann. Boah. Aber dann sehen die Leute das nicht. Ja, aber du kennst den Befehl nicht. Airdrops. Lauf mal zum Airdrop. Ich sehe das Flugzeug. Es leckt nach vorne. Komm runter, komm runter, komm runter, komm runter. Schmeiß ab, schmeiß, schmeißt hier ab. Schmeiß ab? Schmeiß ab. Ja, direkt bei mir vor der Nase. Schmeißt ab, schmeißt ab, schmeißt ab, macht hin. Der hat sie schon abgeschnissen. Ich laufe. Reicht das? Ich auch, ich habe Tiere hinter mir her. Tja, dann musst du die Airdrops wohl nicht holen können. Aber Achtung, da ist Pet in der Nähe. Oh doch. Töten. So, egal. Töten, mit was? Äh, egal. Mit nem Pups, wie du den Bären getötet hast. Ich bewerfe ihn mit Wattebäuschen. Zur Not einfach, äh, Spock-Trick anwenden. Spock-Trick? Mock? Spock. Kennt ihr nicht Spock, Enterprise? Natürlich kenne ich Spock. Oh, was ist der für ein Trick? Ja, diesen einschläfenden Griff, da kann man bestimmt auch Leute mit umbringen. Wenn man zu fest gedrückt oder so. Sag mal, wie lange verfolgt einen so'n Wolf? Lange. Also, einen Airdrop kannst du schon wieder vergessen. Wieso, liegt der wieder auf dem Berg? Jupp. Das war wie bei mir das erste Mal, wo ich gespielt habe. Das ist meiner, geh weg! Ich guck grad, ob ich an den Berg da oben ran komme. Da läuft oben einer. Wer ist das? Wenn's ne Axt in der Hand hat, bin ich's. Nee. Heidel-Dingsbums. Au! Heidel-Oma! Das war der, der mich auch schon getötet hat. Mich auch. Fuck! Fuck! Hockt der in dem Haus hier? Was machst du denn hier? Wie bist du denn hier reingekommen in mein Haus? Hallo! Ja, das ist hier unser... Ja, das darf ich den Leuten erstmal erwähnen. Genau, das ist unser Haus, was wir halt so... ...wenn wir nicht aufnehmen... ...nein, das mach ich jetzt nicht. Nein, 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 das mach ich jetzt nicht. Ist jetzt ein bisschen unklug, wenn ich jetzt das Passwort da eintippe, oder? Ja. Ja, was machen wir jetzt? Ja, scheiße, ne? Da hin und Sachen holen. Ja, aber schnell, komm, 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 go, go, go! Mach die Türen hinter dir zu. Ich könnte mir denken, dass der Heidelbrummer in dem Haus sitzt. In welchem Haus? Was da in der Nähe von Airdrop steht. Ich hab ihn so gut versucht, mit der Headshot umzubringen. Hab ich gehört. Das ist alles nur, weil du einen Airdrop rufst. Nein, jetzt wissen wir aber, wo er ungefähr wohnt. Oder, ne? Er muss auf jeden Fall in der Nähe gewesen sein. Ja, ich war lieber zu viel mitgenommen. Wir haben kein C4. Wir haben kein C4. Ja, und? Ist doch egal. Was? Einfach mitnehmen. Ach so, einfach mitnehmen. Wir haben nichts, aber einfach mitnehmen. Ach, der hätte unsere Sachen noch gar nicht nehmen können. Nee. Ach ja, stimmt ja. Wir haben ja die Backpacks gelockt. So, das war ich da oben irgendwo, oder was? Ja, ich glaube, da. Ich meine, hier war das. Ich frage mich die ganze Zeit, wo ihr seid. Ich sehe euch nicht mehr. Ach, da ist ein Haus. Ach, dort. Der steht da oben immer noch, glaube ich. Naja, ich denke mal, dass der das ist. Echt? Ja, wo ist das da? Wo? Das ist Julia. Das bin ich. Das steht keine Shotgun. Ähm, da ist der Wolf, der mich verfolgt hat, und von hier kam ich auf. Bist du? Bist du? In dem Hügel herum. Hinter dir. Hinter mir, okay. Julia, hinter dir. Hm? Wie? Hinter mir. Ach, lass mich in Ruhe. Was bist du denn jetzt schon wieder so angepisst? Weil keiner auf mich hört. Wie? Und ich gestorben bin. Wo? Was redet ihr? Wo bin ich geschorben? Fack mich dieser Schei-Fucking-Wolf einfach gar nicht ab, ne? Ich wüsste, wo du bist, würde ich dir helfen. Ich wüsste nicht mehr zur Hilfe, nicht verblüte. So. Hab ich geradezu entschlossen. Hier irgendwo war das doch. Ähm. Ah! Schreist denn du so? Immer dieses weibische Gekreische. Immer diese Frauen. Ich hab mich nie so wie du. Du wurdest ja auch nicht gekillt. Ha! Hab's gefunden. Weil ich vorsichtig bin. Wo? An diesem Holzhaus. Du und vorsichtig. An diesem Holzhaus-Turm. Richtung Wand gucken. Ich weiß, oder ist das jetzt doch nicht der? Weil hier der andere steht. Der Turm, ich weiß, wend der Turm gehört. Nicht diesem... Der Turm gehört nicht diesem Typen. Wem dann? Dem anderen, der uns das C4 geschenkt hatte. Ach so. Nee, weil wenn du vor dem Turm stehst, Richtung Felsen guckst, rechts davon hoch. Hä? Aber... ...nimm es weg. Aber warum? Der ist keine Sterne zacken. Das weiß ich schon nicht mehr. Jetzt schon? Ich bin gestorben, jetzt bin ich deprimiert. Ja, ich steh vor deinem Rucksack. Ach, wie kann der Scheiß-Roll nicht denn beißen? Ich hab noch ne wichtige Frage, aber die kann ich hier jetzt nicht stellen. Ich stelle mich jetzt später. Mach das. Wollte sehr wichtig ist. Ja. Gleich. Ich seh immer noch nichts. Mach ich dem Holzhaus, ich steh vor dem Holzhaus. Ja, dann guckst du Richtung Stein, also Richtung Berge und dann... Da, die Fasche, ne? Der ist jetzt offen, übrigens, der Rucksack. Ja, ich bin jetzt da. Was denn? Wer hat denn auch im Rucksack? Der andere. Was? Und lass meine Sachen da drüben. Ich hab nur, dass da keiner rangeht. Hast du mir alles geklaut? Nein. Hast du mir irgendwas geklaut? Nein. Sicher? Ja. Vertraue dir. Ja, ansonsten kannst du dir in der Aufnahme nachgucken. Werde ich tun. Vertraue es mir also doch nicht. Doch. Es ist dunkel, ich hab Angst im Dunkeln. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wer kommt da? Kirby. Kirby und... Kirby. 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 Mein Koga. Jetzt ist sie weg, jetzt kann ich gehen. Hallo. Hier. Wo... kapge. muerte. name thingy. Ja. ности...